Gut. Detail R04 geschafft. Kampferfahrung 10. Naja, geht so, ne? Spezial. Scherenklinge. Natürlich möchte ich so einen ins Körper anfassen. Sekundärwaffe. Was ist denn die? Team, äh... Aus gigantischen Tschern. Da die Bfähigungs... Die Bfähigungs... Ruhm... Naja, also, ähm... Nehmen wir mal das Ding. Mal gucken. Mal gucken. 6000. So, gut. Wir brauchen... Spezial. Die Leistung... Eines normalen Spezialkörpers. Ne, dann lassen wir den da. Ne, warte mal. Ich hätte gerne... Da es jetzt etwas schwieriger wird... Ich hätte nicht gerne den weißen Kampfpanzer. Das wäre mir lieber... So, leben hätte ich auch gerne was mehr. 40.000. Okay, Brennstoffzellen. Ah, Brennstoffzellen mit 10.000 kann ich mir noch leisten. Würde ich sagen. Als erstes mal so Hauptklinge. Verbessern. Äh... So, Elektrolyt. Ja, das ist mir im Moment egal. Kraftverbesserung. 20.000. Nehmen wir mal das. Senkung. Ähm... Komm, nehmen wir das auch mal direkt. So... Fertigkeiten. Ähm... 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 ... Gib mir mal das. Ja, ist alles... ...ist zu teuer. So. Ah, ich habe die... ...Bloodlast nicht genommen. Hm... Ist natürlich doof jetzt, dass ich das eine genommen habe. Wie ist der denn plötzlich hier hingekommen? Hm. Scheiße. Scheiße. Two Boogies, closing glass. Äh... Äh... Wer else? The flight pattern suggests unlanded MQ-320s. Ja. Laserwaffen. Handboard-Shopper. Aber defensive options are limited. Die... Raketen. Schiff, reihort. Die, die... ...vertele. Und zwar, aber nicht so stark genug zu beher. Das ist es zu kommen. Sieg mal! Sieg mal! Ich bin mal! Sieg mal! Sieg mal! Sieg mal! Sieg mal! Ich werde das machen. Habe ein schöner Flugzeug. Und Leute sagen, die Deutschen sind nicht lustig. Da ist es. Alright, bring the Chopper around. Okay. Und... Durchschneiden. Hahaha. Okay. Ja. Ausbiegen. Skelett. Natürlich. Jetzt bloß nicht abstürzen. Hätte ich was tun sollen? Ich bin sorry, mein Freund. Ich werde es nicht vergessen. Ich werde es nicht vergessen. Ich werde es nicht vergessen. Wuhu. Wuhu. Da habe ich den Stekt. Deine Stekt. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Fertig. Kills drei. Ah, Geburtstag DDR. Guess I'll just have to borrow some. A lot of cars got abandoned when the evac order came down. But won't the roads be blocked? If...